Musik 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 Ne 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 Ich kann nicht pfeifen Scheiße So, willkommen zu einem Let's Play Obscure German Blind Wunderbar Ich bin euer WTF Yeah Und das ist mein Co-Moderator Quadrum Splinter Wie geht's, wie steht's? Ganz gut würde ich sagen Ja, wir spielen mal nochmal Ähm, gab nicht zu sagen Das hier ist Emotional Videos Und wir präsentieren euch Musik Bitte wehe du rockelst du Scheißding Wehe du rockelst Musik Noch sieht's gut aus Texte sind niemals doll Richtig eindeutend Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Spritzen, alles drum und dran Ich mach mal in Sicherheitsteil da ein Benchmark So, sag nochmal, ich hab's gerade weggeklickt gewesen Ich sagte, wollte ich auch gerade sagen Kann es nicht öffnen, es ist geschlossen Der Tor scheint verschlossen zu sein Scheint, ja, klar Die ist natürlich hier zufällig auf Schöne Einrichtung Sieht so aus, ist das wüße Oh, nein, ich hab's portun, nein Was ist das Typen, wenn ich das hier nicht Hey, 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 gehär's mir zuhören Ich werde dich nicht wehren Oh, 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 oh zurechtige rede drucker werden die bürger hände die reizung von händler die haare versiung von ex-mute hohoho die stelle des neuen t-mails von erneutig die mit des wissens einer diese beste neben mir kürzern ich komme zu den mann Und ob es geht zu ein Let's Play. Das Spiel kenn ich. Ja, ich freu mich drauf, weil ich kenn's nicht. Klar, er macht das Ding auf, ist klar. Da war ein Schiesel umdruck. Oh, komm schon, Jungs, ey. Hey, das ist ein Scherz. Der cheater doch voll. Und wo ist das? Verdammt das Arschloch. Wow! Oh, bitte. Tschüss. Was ist denn das Ding? Fuck. Weg, 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 weg. Tschüss, Dan. Wer hat den Kegel dahinten gestellt? Wer hat den Kegel dahinten gestellt? Pass los auf, man hat das Geld immer drauf. Oh, komm, nö. Oh, nö. Aua ab, aua ab. Oh, Gott. Ich bin ja nicht ein bisschen gestresst. Ah, du. Oh, sie fangt ja an diesen Kegel. Oh, sie fangt ja an diesen Kegel. Das ist anders. Fressen, ich seh das nicht los. Kommt ihr nicht los. Oh, kommst du nicht los. Oh, kommst du nicht los. Ja, wo kommt die denn gar hier? Scheiße. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Nooo. Komm schon. Oh mein Gott. Sie haben Kenny getötet. Ihr Schweine. Oh, das ist nicht fair. Ja, ich hab meinen Nachden an schon wieder. Also, sag mal, wie war dein Dage? Kenny nicht nach Hause kamen. Ja, okay. Sie haben alle ein paar Zeit gehabt. Ja, genau. Wenn ich diesen Mann sehen, wird er es geschafft. Was hat er gemacht? Er hat mich aufgenommen. Ich bin mit deinem Bruder. Aber dann, wenn er nicht mit dir war, vielleicht... Du, du denkst, dass etwas mit ihm passiert? Und Josh? Wo ist Josh? Ich finde, es muss immer so ein Halt sehen. Komm schon. Herr Garrison, schau die Gäste. Und schau die Ladekommers in mein Büro. Wieso müssen die immer so einen Anzug tragen? Bei uns in der Schule sind die alle letztendlich gekleidet. Bei unserer Schule hat unser Direktor heute so ein dünnes Held, dass man so eine Nippel sehen konnte. Bitte sitz da und bequiet. Oh, das waren echt zu viele Infos. Hey, Damen. Was sind Sie so glücklich? Mann, schau die. Die Spitzkasse, aber man. Neuester Stand. Die will auch ganz viele Tische haben. Ich habe die ganze Nacht gearbeitet auf meinem Film. Niemand hat ihn seit letztendlich gesehen. Ich bin wirklich zu arbeiten. Ich bin wirklich zu arbeiten. Ich weiß, dass alle rostig sind. Oh, die machen die Wände an. Oh, die machen die Wände an. Die brechen sich zusammen. Oh, die Wände. Oh, die Wände. Oh, die Rolanda. Oh, die Rolanda. Oh, die Rolanda. Oh, die Rolanda. Ich glaube, wir werden über die Schule gehen. Geile Schule, ganz ehrlich. Was denkst du? Hey. If he doesn't show up, let's meet at the cafeteria at 6 and go look for him. But the cops would tell my parents. Great. My first real investigation. Oh, die sind verschwunden. Alles Geister. 13 Uhr. 18 Uhr 13. Da war PM dran an der Seite. Ich versuche nicht mehr zu lesen. Ich versuche nicht mehr zu lesen, Josh. Es ist kein Zeitpunkt für das. Komm schon. Wir müssen unsere Investitionen registrieren. Nein, wir müssen auch nicht an die Kamera öffnen. Nein, ich bin da. 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 Okay. Okay. Es ist okay. Es ist nur der Janitor. Der scheint seinen Job ruhig zu lieben. Aber wie müssen wir jetzt raus gehen? Oh, du hast mir Angst. Okay. Okay. Ich glaube, wir machen dann erstmal für den ersten Part eine Pause. Ja, aber das passt, ne? Für den ersten Punkt, weil ich weiß ja nicht, wie viel Zeit wir brauchen. Dank YouTube. Dank Google müssen wir aber immer so zwölf Minuten einschränken. Also machen wir für den ersten Part Pause, Leute. Wir sehen uns wieder. Das ist Emotional Videos. Ich bin VWTF hier und mein Co-Moderator. Sag auf Wiedersehen. Mach schön mit euch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Part.